Konnichiwa! Meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingescheiden habt und heute habe ich was ganz Besonderes. Es ist zwar keine wirkliche Kunst, auf sowas zu reagieren, aber... Hey, ich wollte euch japanisches, komisches Zeug zeigen. Also zeige ich euch kein japanisches, komisches Zeug. Auf jeden Fall habe ich heute für euch eine japanische Game Show, in der die Leute, glaube ich, Tetris nachspielen sollen. Und ich habe es noch nicht angeschaut, ich würde sagen, wir starten zusammen bei 3, 2, 1, let's jump! Also das ist die Show, und da kommen dann immer so Tetris... Ja, okay, also müsst ihr die Tetris-Zeichen nachmachen, sozusagen. Achso, wer das nicht schafft, der fliegt runter, okay. Das ist, glaube ich, selbst erklärend. Los geht's. Was ist das denn, hä? Was ist das denn so wohl? Wie macht er das? Das ist aber scheiße. Ey, Gott, das ist echt gemein, oder? Ey, Gott, das ist doch voll unrealistisch. Ja, vielleicht noch durch das Loch springen können oder so, aber ich glaube... Boah, wie er mitgerissen wird. Ey, wie hätte man das schaffen sollen, bitte? Ey, guck mal. Echt? Achso, geradeaus. Achso. Bein nach hinten so, weißt du? Okay. Da wäre ich jetzt gar nicht draufgekommen. Hinlegen, hinlegen, hinlegen. Leg dich einfach nur hin. Nein, leg dich einfach nur hin, Mann. Alter, wie der fast eine Spagat hinkriegt. Leg dich einfach hin. Oh, voll gut, aber... Scheiße. Oh, Mann. Also, da kann man nur durchspringen. Da kann man nur durchspringen. Ja, los! Ja! Genau so hätte ich es auch gemacht. Alter! 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 Was bitte? Alter, das ist verdammt schwer, ne? age bei. Oh, ja! Weiter runter! Weiter runter, weiter runter, weiter runter! Ahha! Das ist schon so ein Geherzen schafft, oder? Alles klar. Stell dich zur Seite und dann so machen einfach. Oder so. So. Nein! Alter, ich versuch's halt wirklich, ne? Alter! Aber Respekt. Also ich hätte es da, glaube ich... Ich hätte so die Arme nach hinten gemacht. Was ist das denn? Das ist ja voll gemein. Hä? Ah! Alter! Was? 2,18 Meter? Okay, jetzt bin ich gespannt. Finale! 2,18. 2,18. 2,18. 2,18. Also so geht das. Sei eine Acht. Fühl dich wie eine Acht. Ja, der ist gut. Der ist auch gut. Wow! Gut gemacht. Die hast du verstanden. Die hast du verstanden. 2,18. 2,18. 2,18. Ach, komm jetzt! Echt! 2,18. 2,18. 2,18. 2,18. 3,18. 2,18. 3,18. 3,18. 3,18. 5,18. 4,18. 4,18. Die müssen alles durchspringen. Das klappt doch niemals. 1, 2,18. Oh, ey! Das ist so schlecht, eigentlich, ne? Oh, das ging in die Nüsse. Das ging in die Nüsse. Okay, das war echt gut, ey. Also dann wäre ich gefallen. Ich weiß nicht, wie fandet ihr es? Also japanische Shows sind ja eh, glaube ich, die kränkesten auf der ganzen Welt. Aber ich muss sagen, ich war schon gut unterhalten. Also kann man sich schon geben. Ich meine nur Takeshi's Castle, Leute. Wer will nicht, dass Takeshi's Castle wiederkommt? Schreibt mal unten Hashtag Takeshi's Castle, äh Takeshi's Castle, wenn ihr das gerne wiedersehen wollt. Denn das war ja wohl immer das geilste. Ansonsten, hoffe ich, hat euch das gefallen. Wenn ihr mehr japanische Shows oder sowas sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare. Dann ansonsten sage ich mal Sayonara!